Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Wir sind stehengeblieben, da sind wir gerade am rote Münzen holen gewesen. Wie eigentlich immer. Und die nächste rote Münze ist da hinten. Das ist glaube ich schon eine andere Attraktion, kann das sein? Ich glaube ja. Ich probiere wieder vom Schiff aus da rauf zu kommen. Von den Schiffen aus. Und so. Ich bin gerade im Segel stecken geblieben. Hallo? Ich stecke hier ein Pfannenmaß drin. Wollte ich verarschen? Hä? Was war das jetzt? Okay, wie komme ich da dran? Ich gucke hier wohl nicht vom Schiff aus dran, oder? Kann ich hier nicht das Wasser aufladen? Ja, kann ich. Ach, kommt Leute. Jetzt lass mich doch von hier aus dran. Ich muss wohl tatsächlich vom Schiff aus dran. Oh man, oh man. Kann ich nicht da drauf so jumpen? Okay. So toll, was ist das nicht? Hä, diese blöde... Kann ich mich da dran hängen? Ja, danke. Ich finde das einfach nicht echt bescheuert. Hier gemacht. Man kann nicht einfach so weiter hochklettern. Ich muss jetzt abspringen. Und mich der Gefahr hingeben, dass ich... Vielleicht abrutsche, oder wer weiß es, beziehungsweise wieder runterfalle. Ja, ob man was nennen will. So, was mache ich jetzt? Nein, 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 nein. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Marius ist mittlerweile eingeschlafen. Super für ihn. Ich frage mich nur immer noch, wohin ich muss. Geh mal runter hier. Da ist einer. Hallo? Geh mal da oben hin. Kann ich die kaputt machen? Ich glaube nein. Oh, welche Münze hole ich denn jetzt am besten, Leute? Über runter hier. Hä? Okay. Okay. Lass mal los hier. Lass mal los. Mario, lass los. Mario. Nein, lass... Wie lasse ich los? Lass doch los. Komm schon. Nicht so schüchtern, komm. Traum mir. Danke. Oh, oh. Hä? Ich komme jetzt in dem vorbei. Ich habe mich komplett verarschen. Warte, ich teste mal was. Ja, okay. Mann! Ich verstehe die Dinger nicht. Ich verstehe die... Hä? Stirb doch. Alter, komm schon. Wie denn sonst? Wie sonst? Besonders da oben. Ah, ich glaube, ich weiß sie. Verdammt! Ja, ich glaube, ich habe da so eine Sache, die... Im Kopf. Die probiere ich gleich sofort aus. Dafür muss ich jetzt nur wieder da oben drauf. Ah, ich habe da so eine Sache im Kopf. Das gibt es so. Also, ich habe da oben drauf. Und zwar, wenn ich jetzt hier so bin. Und das hier mache. Sind die Dinger dann weg? Ich glaube, ja. Bam. Hallo. Hallo, Humora. Und jetzt mal hier rein. Und die vierte Münze, endlich. Hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Äh. Ja. Gehen wir wieder hoch. Maru, kannst du dich auch festhalten? Danke. Problem ist nur, ich muss auch da hinten hoch. Beziehungsweise, hin. Hei, Caramba. Das war doch fast richtig, Alter. Jetzt bin ich auch noch hier drum. Sonst hätte ich locker geschaffen. Blablabla, 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 blablabla. Das wäre extrem hässlich, Alter. Komm schon, lad auf. Oh, ja, 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 nein, 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 nein. Das wäre langsam, langsam zu viel. Hallo. Oh, ja, 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 ja. Herr Watt, wurde sich aufladet. Daran kann ich mich nicht verseiten, schade. Hallo. Ist ja nichts mehr. Meine Güte, Leute. Ah, meine, meine, herr. Ups, was war das denn, Alter? Ich mache sich zusammen mit einem lebenden Ball und der Vater verwandt, sage ich dir nur. Ich muss schnell rüber, bevor die Schiffe wieder so abgehen. Moment, ich kann auch hier sofort hier so... Nein! Nein! Nicht so. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da stehe ich schon wieder runter. Sogar der Mann mit dem Schnauzer fällt immer wieder runter. Das geht einfach nicht. Schleifung waren, testet sehr schlecht. Ach, komm, Leute, Leute, komm schon, Boot, Boot, Schiff, 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 Boot, was willst du wollen? Boot oder Schiff? Sag mal, was du bist. Das war schon wieder aggressiv, Alter, das mal. Ja, jetzt werden die wieder chillig. Jetzt werden die wieder chillig, genau. Jetzt, wo ich nicht drauf bin. Ja, danke. Wie komme ich da... Ah, verdammt. Ich hätte hier erst mal reingesollt. Und da oben komme ich ganz bestimmt nicht hin. Nein, komme ich nicht. Jetzt muss ich erst mal wieder an die Wand da. Toll. Habe ich super hingekriegt. Habe ich echt wunderbar gemacht. Nein! Wanda. Boah, danke. Und jetzt den richtigen Knopf, Leute. Um die blaue Mütze zu bekommen. Und da runter zu können. Und da runter zu können. So. Und jetzt hier runter. Sechs endlich mal. So, und hier muss ich jetzt drunter her. Wie es aussieht. Und folgendes machen. Bang. Bang. Wo ist die letzte? Das geht auch noch. Jetzt kannst du wieder zurück. Dann da hoch. Dann da hoch. Ganz locker. Ganz locker. Jetzt nicht... Wow, wow, wow. Oh, sie taucht genau neben mir auf. Boah, ist das nett. Oh, ist das schön. Sicher noch mal weiter. Peter sind viele Piazza Delfino. Es gibt wahrscheinlich immer noch nichts Neues, weil immer auch da drauf gezeigt wird. Also gehen wir wieder rein. Ich werde jetzt etwas Neues auf 40 Sonnen. Ich hoffe einfach mal. Parco Futurna immer noch. Der Untergang der Sonnenblumen. Oh nein. Oh nein. Die Sonnenblumen gehen unter. Yoshi-Eier! Oh nein. Was ist denn mit denen los? Was ist mit den Blumen los? Äh, Yoshi-Eier, das schlafen? Was geht mit euch? Komm schon. Ja, du bist doch fast wach. Komm. Die gehst du doch besser, oder? Komm schon. Komm schon, Sonnenblumen. Komm schon. Ja. Lebe. Lebe. Ne, das klappt definitiv nicht. Das klappt auch nicht. Was ist eigentlich mit dir? Ja, rede mit mir. So. Wegen dieser falschen Eier. Komm, die Yoshis, die sind verlassen. Warum die Yoshis, die sind verlassen? Die Stimme hatte ich genau. Hä? Was für falsche Eier, komm. Oh. 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 Kann ich auch einen Stampfattack auf dich machen, bitte? Bang, so. Hat voll was gebraucht. Ins Gesicht. Oh. Hä? Was mache ich jetzt mit dir? Ah. Ah, okay. Im Sand bleib ich nicht. Ah. Ich habe so schon, denn im Sand bleib ich nicht stecken. Oh, komm schon. Jo. Das wäre dann der nächste. Und der nächste. So geht's gut. Komm schon. Komm, Rastaus, komm. Gib's mir, gib's mir, gib's mir. Bah, bah, bah. Du bist genial, ich weiß. Yay. Wir wollten sagen wir mal drauf. Was auch immer du gerade gesagt hast. Ich stimme dir zu. Könntest du auch dieses Dingchen für mich öffnen? Komm mal her. Wah. Nö. Der steht nur da oben drauf. Okay. Machen wir es also richtig. Allein ist noch eins. War der Meister Sonnenblume. Ja, komm mal her. Oh, das ging sogar noch. Ich dachte, das wäre schon auf dem Gras. Bam. Das war die letzte, oder? Danke für den Siegen hier. Ich rede sogar noch einmal mit dir. Könntest du mir sagen, wie ich da dran komme? Meine Gute, eine Münze unter dem Korb und Mario kommt nicht dran. Danke für deine Hilfe. Das war schon wieder die falsche Stimme. Danke für deine Hilfe. Die Yoshis kehren jetzt vielleicht zurück. Tun Sie das. Im Samenblumenfeld. Yay. Mario ist noch so gut raus. Hallo. Sichern und weiter. Und das war es dann auch weiter mit diesem Part. Wir sehen uns zusammen im nächsten Mal. 38. Signieren. Mario abschützt sich. Ich ebenfalls. Och du Scheiße. Bis demnächst. Und Till Lüft. Danach geht es ran an Mario Morgana. Ha, was Neues. Geil. Bis zum nächsten Mal.